Ich habe weitere Herbstneuheiten gespielt und heute in dem Gespielt-Video habe ich natürlich wieder sieben Stück mitgebracht. Auf geht's! Endlich bin ich wieder fit, um hier mal ein Gespielt-Video rauszuhauen. Ich habe so viele Herbstneuheiten in den letzten Tagen und Wochen gespielt. Das glaubt ihr nicht, aber leider konnte ich das Ganze nicht hier auf Video bringen, weil ich total flach lag ein paar Tage. Richtig, richtig nervig. Ich hoffe, meine Stimme macht in dem Video mit. Und ja, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Spiel, was ich gespielt habe, von dem ich euch berichten möchte. Und zwar möchte ich euch von ARX erzählen. Ich habe eine Partie ARX mitgespielt, also auch nur eine Partie und es ist ein relativ komplexes Spiel. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Ersteindruck. Ich warte da auf die deutsche Spielworks-Version, um mir das vielleicht nochmal ein bisschen genauer anzugucken und dann ein paar Partien öfter zu spielen. Bei ARX handelt es sich um ein Area-Control-Spiel gemischt mit Stichspielmechanismen. Ja, es ist wirklich eine ganz seltsame Mischung, muss man sagen. Das Ganze findet in einem Universum statt, also so ein bisschen Weltraumsektoren, die wir da kontrollieren wollen. Wir haben quasi so kleine Raumschiffe, die wir von Sektor zu Sektor schicken können. Mit diesen Raumschiffen kann man dann kämpfen. Ja, so dieser ganz normale Area-Control-Wahnsinn. Und ja, es klingt erstmal nicht so besonders aufregend und ich fand es dann am Ende auch tatsächlich weniger spektakulär, als ich es mir vorgestellt hatte, als ich von dem Spiel im Vorfeld gehört hatte. Leider haben wir einen Regelfehler mitgenommen, der sich so ein bisschen durch die Partie gezogen hat. Kurz vor Ende wurde es dann aufgedeckt, dass wir quasi die ganze Zeit falsch gespielt haben und die Person, die das erklärt hat, ja, aber wohl anders irgendwie gespielt hat. Es geht da um die Reihenfolge der Karten und wann man welche Aktionen auf den Karten machen kann. Naja, nicht so wild, es hat es nur so ein bisschen getrübt, weil ich tatsächlich den Kartenmechanismus in der Partie extremst nervig fand. Ja, kann ich euch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber grundsätzlich ist das Spiel sehr unaufgeregt. Man kann ja mit Aktionen sich bewegen, man kann Schiffe bauen, dann gibt es noch so Ressourcen, die man produzieren kann. Mit den Ressourcen kann man noch freie Aktionen machen, da kann man noch Schiffe reparieren. Man kann ja so viele verschiedene Dinge tun, also es ist eigentlich nichts Aufregendes, muss man sagen. Aber dieser Kartenmechanismus ist halt ein bisschen besonders. Es ist so, wir haben Aktionskarten auf der Hand, die werden, ja, es wird so ein Aktionskartenstapel gemischt, dann bekommt jeder eine bestimmte Anzahl auf die Hand. Diese Aktionskarten bestimmen auch, wie viele Züge man maximal pro Runde hat, nämlich so viele wie Aktionskarten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, zwei Karten in einer Runde zu spielen, da muss man halt in der letzten Runde oder im letzten Durchgang seinen Zug aussetzen. Das ist nicht so cool tatsächlich. Und ja, dann ist es so, die Karten haben unterschiedliche Wertigkeiten. Also Zahlen und unterschiedliche Farben und auf jeder Karte ist es dann eine unterschiedliche Anzahl von Aktionen, unterschiedlich viele Aktionen, je nach Höhe. Das ist da so ein bisschen, ne, die hohen Karten haben irgendwie weniger Aktionen und die niedrigen Karten haben viele Aktionen. Denn wir haben hier so einen kleinen Stichspielmechanismus. Derjenige, der quasi, der rauskommt mit dem Stich, der spielt eine offene Karte auf so eine Leader-Position. Und diese Karte muss dann quasi gestochen werden, damit man auch eine bestimmte Anzahl von Aktionen hat, damit man mehr Aktionen ausführen kann, nämlich alle Aktionen, die auf der Karte stehen, anstatt nur eine Aktion zu machen. Denn man hat immer die Möglichkeit, entweder quasi, ja, zu bedienen und eine höhere Karte zu spielen, als der Leader ausgespielt hat. Oder man kann halt irgendwas abschmeißen oder auch zwei Karten abschmeißen, um einfach eine Aktion zu machen. Und das haben wir am Anfang falsch gespielt. Wir haben halt, wir dachten immer, man muss, ja, wenn der zweite Spieler quasi gestochen hat, also eine höhere Karte der gleichen Farbe ausgespielt hat, dann dachten wir, müssen wir diese neue Karte auch wieder überstechen, um auch wieder viele Aktionen machen zu können. So waren die dritten und vierten Spieler halt immer im Nachteil, weil sie eigentlich immer nur eine Aktion machen konnten, weil sie nie über diese zweite Karte hinausgekommen sind. Das war ein bisschen doof, aber das, ja, würde dann bei der zweiten Partie ein bisschen anders laufen. Und dadurch hat sich so ein bisschen bei mir auch der Eindruck eingestellt, dass ich extremst abhängig von meinen Karten bin. Also es war bei mir tatsächlich so, dass ich fast nie drüber gehen konnte über die gespielte Farbe, die die erste Position ausgespielt hat, weil ich die entweder nie auf der Hand hatte oder wenn ich sie auf der Hand hatte, dann immer in einer niedrigeren Form. Das heißt, ja, ich konnte eigentlich immer nur jeden Zug eine Aktion machen, also fast jeden Zug und es fühlte sich wirklich sehr schlecht an und sehr frustrierend, muss man sagen, wenn man immer sieht, wie viel die anderen machen können und man selber, ja, steht dann da. Und klar, man kann dann auch zwei Karten abwerfen, um sich diesen Leader-Token zu holen, damit man auch selber bestimmen kann, mit welcher Farbe rausgekommen wird. Aber es kostet halt einen kompletten Zug, muss man einfach sagen. Und ja, das jede Runde irgendwie zu opfern, fand ich irgendwie ein bisschen doof, habe ich dann auch nicht gemacht. Einmal habe ich es gemacht und dann stand ich irgendwie im letzten Zug da, konnte nichts machen, weil ich aussetzen musste. Und ich finde, bei so Area-Control-Spielen ist es ja extremst wichtig, dass man im letzten Zug, also wenn man als Letzter an der Reihe ist, ist es ja ein extrem großer Vorteil im letzten Zug, wenn man dann noch Dinge ändern kann für irgendwelche Zwischenwertungen. Ja, das war dann hier gar nicht so, weil man aussetzen musste. Das fand ich ein bisschen blöd. Es gibt dann noch so Tokens, die man sich holen kann, um ja zu bestimmen, welche Wertung nach jeder Runde ausgelöst wird. Man kann sich noch so Karten holen, die extrem stark sind. Da gibt es auch quasi einen Area-Control-Mechanismus auf Karten, auch noch zusätzlich zu dem Board. Ja, ich fand's okay. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich finde es jetzt nicht so der Oberkracher, wie viele das schon irgendwie gesagt haben. Viele haben das extremst gehypt mit, das ist das neue Area-Control, der Area-Control-Himmel, keine Ahnung. Ich finde es ja, diese Mischung aus Stichspiel und Area-Control ist ganz interessant, aber weiß ich nicht. Wie gesagt, hat mir so mittelmäßig bis ganz gut gefallen. Ich muss dann mal schauen, ob ich mir die deutsche Version nochmal angucke. Und wenn ich die dann vielleicht ein paar Mal öfter spiele, vielleicht komme ich dann rein und mir gefällt es ein bisschen besser. Aber so war es erstmal ein guter Ersteindruck. Dann habe ich noch ein Spiel mitgespielt, was ich selbst auch nicht besitze, was ich mir auch nicht geholt habe. Und zwar Herr-der-Ringe-Duell um Mittelerde. Ja, das ist quasi der Seven-Wonders-Nachfolger, jetzt im Herr-der-Ringe-Stil. Das alte Seven-Wonders-Duell hat ja unglaublich viel getan für die Brettspielwelt, dass es so ein Zweispielerspiel gibt, was so taktisch gut ist, was so ein Dauerbrenner sein kann. Das hätte ja niemand gedacht. Und daraufhin sind ja extremst viele Zweispielerspiele erschienen in den letzten Jahren. Und ja, jetzt wurde das Ganze einfach nochmal neu aufgelegt mit einem Herr-der-Ringe-Thema. Und es gibt auch ein paar Änderungen, muss man sagen. Also das Grundprinzip ist immer das Gleiche. Wir haben halt diese drei Epochen mit diesen Karten, die wir ausliegen haben, immer offen verdeckt, offen verdeckt, offen verdeckt in so bestimmten Mustern. Und jedes Mal, wenn man dran ist, kann man entweder eine Karte kaufen oder man nimmt sich eine Karte und verkauft diese für Geld. Und ja, die Karten beziehen sich aufeinander, wenn man bestimmte Karten hat, kriegt man andere Karten umsonst. Es gibt Rohstoffkarten, es gibt Wertungskarten, es gibt so Symbolkarten, die man sammeln kann, damit man irgendwie vorzeitig gewinnt. Also es ist alles beim Alten, aber es gibt so ein paar neue Mechanismen, die ich auch ganz cool finde, muss ich sagen. Also insgesamt hat es mir sogar, gefällt es mir, glaube ich, besser als die normale Seven-Wonders-Duel-Standard-Version. Die Erweiterung mal ausgenommen, die gibt es ja bei Herr der Ringe, Duell und Mittel Erde noch nicht. Mal gucken, ob die noch kommt, keine Ahnung. Aber ein Mechanismus, den ich cool finde, es gibt halt nicht mehr diesen Kampftrack, wo man ja diese kleine Kampffigur, dieses Schild von links nach rechts schiebt. Und wenn man in einen bestimmten Bereich damit gekommen ist, dann hat man gewonnen. Sondern jetzt ist es so, dass es ein Race zwischen den Nazgul, ist das, glaube ich, die eine Partie sind die Nazgul und die anderen spielen Frode oder die Ringgemeinschaft. Ein Race, um den Aufstieg zu diesem Vulkan gibt. Also wenn man es schafft, als Ringgemeinschaft den Vulkan zu erreichen, dann hat man gewonnen. Oder wenn man es schafft, als Nazgul die Ringgemeinschaft aufzuholen, dann hat man auch gewonnen. Und dann ist es halt so, immer, wenn sich die Ringgemeinschaft bewegt, bewegt sich die Ringgemeinschaft und der Nazgul. Immer wenn sich der Nazgul bewegt, bewegt sich halt nur der Nazgul. Ja, wenn der Nazgul sich bewegt, verkürzt er den Abstand und ansonsten, ja, bewegt sich das Pulg halt immer weiter quasi auf diesen Vulkan zu. Das finde ich ziemlich cool. Und ja, das war es im Großen und Ganzen auch eigentlich an Neuerungen. Also es gibt noch so ein, ja klar, es gibt irgendwie neue Karten. Das ist alles ein bisschen anders gestaltet. Ja, auf jeden Fall nett. Und ach so, genau. Und dann gibt es natürlich auch wieder Weltwunder. Und die Weltwunder in diesem Fall sind halt keine Weltwunder, sondern es sind so, ja, quasi, was sind das so, Dörfer oder Städte, die man sich irgendwie kaufen kann. Aber die sind quasi wie die Weltwunder in Seven Wonders Duel, ganz normal. Und thematisch ist es einfach, ja, hat sich ein bisschen geändert, ist ein bisschen fluffiger geworden. Ja, finde ich gut, muss ich sagen. Also hat mir wirklich gut gefallen. Wir haben auch mehrere Partien direkt hintereinander gespielt, weil es so viel Spaß gemacht hat. Da kann ich einfach nur sagen, ja, wer Seven Wonders Duel noch nicht hat, sich aber ein cooles Zweispielerspiel angucken möchte und ein bisschen auf Herr der Ringe steht, für den, ja, ist auf jeden Fall Duell um Mittelerde ein Must-Have, würde ich sagen. Dann möchte ich euch natürlich nochmal von dem Kennerspiel der Messe, würde ich sagen, berichten. Ich möchte euch nochmal von Seti erzählen. Ich habe ja schon auch ein Einzelvideo von Seti gemacht, bei dem ich mich sehr gefreut habe, dass das so gut angekommen ist. Eine Regelerklärung plus ein Ersteindruck. Und ich möchte quasi diesen Ersteindruck hier im Gespielt-Video nochmal wiederholen, falls ihr das im Einzelvideo nicht gesehen habt. Gespielt-Videos gucken ja dann doch noch ein paar mehr Leute, deswegen möchte ich das hier auch nochmal unterbringen. Seti, würde ich sagen, ist vielleicht das beste Kennerspiel der Messe, zumindest ist es bisher das beste Kennerspiel der Messe, was ich bisher gespielt habe. Und ich glaube, im deutschen Bereich hat es auch wirklich gute Chancen, einfach extremst abzugehen, dieser Dauerbrenner zu werden, den wir uns immer alle erhoffen. Es kann sein, dass das Arnak ablöst, zumindest bei mir hat es so wirklich ganz starke Chancen, muss man sagen. Natürlich, Arnak bringt immer wieder neues Zeug, es hat irgendwie, ja, mit den Erweiterungen nächstes Jahr kommt noch eine Bigbox mit einem doppelseitigen Spielplan. Es hat immer Potenzial, auch immer wieder auf den Tisch zu kommen. Aber ich hoffe, dass das bei Seti ähnlich wird. Es gibt so viele Gründe, warum Seti einfach so geil ist. Erstmal das Thema hat mich sofort abgeholt, Seti, das ist Programm, um außerirdisches Leben zu suchen im All. Ich habe damals mit meinem alten Computer, mit meinem ersten Computer schon irgendwie daran teilgenommen, habe mich da angemeldet und gehofft, dass ich irgendwie dazu beisteuern kann, dass wir auf Aliens treffen. Ja, hat sich nicht bewahrheitet, aber ich fand es immer cool, deswegen das Thema hat mich sofort immer abgeholt. Dann, ich finde, das Spiel sieht unglaublich gut aus. Es ist so geil abgestimmt, die Farben, die Planeten haben so geile Farben. Und es sieht einfach mega gut aus. Es ist tolles Material, wieder mit diesem ReWood, heißt es, glaube ich, dieses Plastik, wiederverwertbare Plastik-Art. Mega, also das ist schon mal geil. Und dann hat es einfach spielerisch bei mir so gezündet, das ist eins der wenigen Spieler, die mich nach der ersten Partie geflasht haben. Es war nicht so, ja, gutes Spiel, ja, hat mir gut gefallen, sondern es war einfach wow, wow, richtig geiles Game. Okay, es bringt diese Arnax-Vibes, wie ich finde. Es hat zwar jetzt nicht dieses, ja, hat nicht alle Mechanismen von Arnax, also es hat nicht irgendwie einen Deckbau. Klar, wir gehen irgendwie auch auf Leisten vor und so, aber es hat halt dieses, ja, wir machen, also eine Runde läuft, wir machen Aktionen. Und die erste Runde ist halt, okay, wir können relativ wenig Aktionen machen, wir haben relativ wenig Ressourcen, wir haben irgendwie nicht so geile Karten auf der Hand oder wir können die alle nicht bezahlen. In der zweiten Runde wird das mehr, in der dritten mehr, vierte mehr und so weiter und es steigert sich immer, bis man einfach später richtig viele coole Sachen machen kann. Und es hat einfach dieses Gefühl, ich baue da irgendwas auf, meine Engine läuft und ja, ich entdecke was. Ich habe mit dem Planet, die ich besucht habe, mit den Research-Signalen, die ich irgendwie ausgesendet habe, habe ich irgendwie was geschaffen und es bringt mich weiter in dem Spiel. Das hat einfach dieses Gefühl. Und dann muss ich einfach sagen, dieser Kniff mit diesen beiden Alien-Rassen, die dazukommen, es ist immer so, am Anfang des Spiels wählen wir zwei zufällige Alien-Rassen aus, also wir wissen nicht welche. Und im Laufe des Spiels müssen wir so Tracer finden und wenn wir von einer Alien-Rasse drei Tracer gefunden haben, drei unterschiedliche, dann können wir die aufdecken und dann bringen diese Alien-Rassen nochmal für den Rest des Spiels neue Regeln ins Spiel. Und dann neue Karten, nochmal so zusätzliche Leistungen, wo wir Punkte sammeln können und dann verschiebt sich so ein bisschen der Fokus, was man denn jetzt machen muss. Und ja, da gibt es natürlich immer unterschiedliche Kombinationen, welche beiden Alien-Rassen ausliegen und so. Mega, also das schreit ja förmlich nach richtig geilen Erweiterungen mit neuen Alien-Rassen, die neue coole Dinge ins Spiel bringen. Unfassbar gut, ich finde es unfassbar gut, muss ich sagen. Es gibt nur einen kleinen Kritikpunkt, den ich habe und zwar ist das, gerade bei wenig Spielern gibt es eine Aktion, die einfach nicht besonders lukrativ erscheint. Es gibt so eine Aktion, da sendet man Signale irgendwie auf Planeten, um so Daten-Cubes zu bekommen und da gibt es quasi die Möglichkeit, wenn man genug oder wenn man auf Planeten eine bestimmte Anzahl von Signalen gesendet hat irgendwie, dann kriegt man auch wieder so einen Tracer und dann wird so eine Mehrheitenwertung ausgelöst und so. Das macht man halt im Zweispielerspiel gar nicht oder im Dreispielerspiel auch wenig, weil es skaliert halt überhaupt nicht mit der Spielerzahl. Das finde ich ein bisschen schade, sie haben das dann irgendwie so gelöst, dass man trotzdem zusätzlich irgendwelche Tracer bekommt, indem man Siegpunkte kriegt, aber ja, diese roten Tracer, die man dadurch kriegt, die sind relativ selten dann tatsächlich, dass man die auslöst. Das finde ich ein bisschen doof, aber ja, da kann man tatsächlich auch Hausruhlen und sagen, okay, irgendwie bei drei Spielern nehme ich pro Planet einen weniger, den ich brauche und bei zwei Spielern irgendwie zwei oder so, muss man mal schauen. Ja, aber ja, ich sage euch, Siti, das müsst ihr unbedingt mal zocken, geiles Game. Dann möchte ich euch von einem kleinen Spiel berichten und zwar Agent Avenue. Agent Avenue ist ein Zweispielerspiel von Nerdlab Studios, heißen sie, glaube ich, ja. Die haben mich vor der Messe angefragt gehabt, hatte ich auch in meinem Loot-Video schon erzählt und haben mir ein Exemplar mitgegeben. Und dafür möchte ich euch berichten. Ähm, ich habe es auch hier liegen tatsächlich, Agent Avenue ist ein kleines Zweispielerspiel, bei dem wir auch so ähnlich wie bei Mindbug, das auch schon war, Karten ausspielen und ja, so ein bisschen erahnen müssen, was denn unser Gegner gleich vorhat, was er denn spielt. Wir haben so eine kleine Cut-and-Choose-Mechanik, ähm, ja, wenn ich dran bin, spiele ich zwei Karten aus. Ich spiele eine verdeckt aus, ich spiele eine offen aus. Mein Gegner kann sich dann eine aussuchen, entweder die verdeckte oder die offene und die andere geht an mich. Und auf diesen Karten steht eigentlich nur, wie weit unsere Spielfigur im Kreis läuft. Entweder läuft sie irgendwie zurück oder sie läuft vor. Und es geht einfach darum, dass die eine Figur die andere in diesem Kreis fängt. Und die einzelnen Karten haben dann noch unterschiedliche Effekte im Grunde genommen. Also es gibt Karten, die, wenn du die, wenn du da mehrere davon hast, dann läuft der irgendwie weiter. Wenn du, es gibt Karten, wo du mehrere davon hast, dann verlierst du direkt, ähm, und so weiter und so fort. Und dann muss man immer schauen, welche Karten man dem Gegner geben möchte, welche Karte man sich, äh, vielleicht geben möchte, indem man dem anderen irgendwie was Cooles anbietet. Und dann gibt's noch so Zusatzkarten, die das Ganze noch so ein bisschen verändern, Siegbedingungen, die verändert werden, irgendwie, ähm, einmalige Sofort-Effekte, permanente Effekte und so. Ja, ganz witziges Game, kann man so in 10 Minuten runterzocken. Haben wir jetzt auch schon etliche Partien hinter uns, gefällt mir wirklich ganz gut. Ähm, ist halt irgendwie vielleicht nicht so ganz der Dauerbrenner, wie es Mindbug ist, weil es einfach relativ wenig Karten gibt, relativ wenig verschiedene. Es gibt, glaube ich, 8 oder 9, äh, verschiedene Charaktere, die hier dann unterschiedliche Dinge tun. Ähm, aber man muss sagen, es ist echt, also cool. Hätte ich gar nicht gedacht, ist mal auch wieder ein cooles Beispiel, wenn man so eine I-Cut-You-Juice-Mechanik, wahrscheinlich werdet ihr mich verbessern und es heißt wahrscheinlich im Detail ein bisschen anders, ähm, einfach gut integrieren kann in so ein Spiel. Ich finde tatsächlich das Thema nicht so geil. Dieses, es geht darum, dass wir, ähm, in der Nachbarschaft irgendwie, ja, so eine Nachbarschaftswehr, ähm, gegründet haben und da dann irgendein Nachbarn verdächtigen, ein Spion zu sein und so, weiß ich nicht so genau. Das finde ich irgendwie so ein bisschen, das ist auch amerikanisch. Äh, das mag ich halt tatsächlich nicht so gerne. Da hätte man vielleicht noch ein cooleres Thema nehmen können, irgendwie ein bisschen netter, sag ich mal. Aber die Charaktere sind cool, das sind alles so Tiercharaktere, ähm, ja, muss man sagen, ist auf jeden Fall ein ziemlich witziges Game, was ich als Absacker halt immer wieder ganz gerne mal zocke. Dann kommen wir zu einem kleinen Wortspiel, was ich mitgenommen habe. Das Ding habe ich von Rita in die Hand gedrückt, das ist ihr neues, ähm, ja, Wortspiel bei Treffel erschienen. Auf ein Wort heißt es. Das Ganze, ja, muss man sagen, ist auf jeden Fall definitiv eher an Familien gerichtet. Ähm, ich glaube, wir Kenner, wir Vielspieler, ähm, haben daran nicht viel Spaß. Ich verstehe, was das Spiel machen soll und deswegen ist es für mich relativ schwierig, subjektiv zu bewerten, weil ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht nochmal spielen, aber ich kann schon verstehen, wenn, ähm, wenn gewisse, ja, Interessensgruppen das ziemlich cool finden. Denn das Ganze richtet sich komplett an Stadtlandflussspieler. Das Ding ist quasi eine abgewandelte Version von Stadtlandfluss. Es werden immer, ja, Begriffe aufgedeckt und da dazu werden dann Buchstaben aufgedeckt. Und dann muss man im Geheimen, ja, in verschiedenen Runden, ja, Begriffe auf seinen Zettel schreiben, die genau mit einem dieser beiden Buchstaben, die da ausliegen, beginnen. Also wenn da liegt ein P und ein K und die Kategorie ist irgendwie das Land, ne, dann schreibt man, also Land ist vielleicht jetzt ein bisschen ein doofes Beispiel, aber es könnte sein, schreibt man dann entweder Polen oder man schreibt Kamerun oder so. Und dann macht das jeder im Geheimen. Und dann gibt es noch so einen ganz coolen Wettmechanismus, den es ja normalerweise bei Stadtlandfluss nicht gibt. Bei Stadtlandfluss ist es dann ja so, jeder sagt seinen Begriff. Wenn man irgendwie einen Begriff hat, den andere auch haben, gibt es eine Punktzahl. Wenn man als einziger einen Begriff hat, dann gibt es eine etwas höhere Punktzahl. Wenn man gar nichts hat oder es zählt nicht, kriegt man gar keine Punkte und so. Und so ähnlich ist das hier auch. Nur, dass man hier erstmal darauf wetten muss, in welche Kategorie man fällt. Also erstmal wird geguckt, ob man der Einzige ist, der einen bestimmten Buchstaben benutzt hat. Also P und K und vielleicht haben alle ein Wort mit P genommen und ich bin der Einzige, der das mit K genommen hat. Dann kriege ich schon mal extra Punkte. Und dann können alle, die zusammen einen Buchstaben genommen haben, nämlich alle, die quasi P genommen haben, die können erstmal wetten, ob sie das gleiche Wort haben oder ob sie nicht das gleiche Wort haben. Das heißt, sie könnten sagen, ja, okay, ich glaube, wir haben alle das gleiche Wort. Dann können sie das quasi mit so einem geheimen Chip wetten. Und wenn das dann stimmt, dann kriegen sie nochmal richtig viele Punkte dazu. Wenn das halt nicht stimmt, kriegen sie gar nichts. Oder sie sagen halt, nee, nee, ich glaube nicht, dass wir alle das gleiche Wort haben. Dann nehmen sie halt einfach die Punkte, die dann nicht besonders hoch sind, mit und können sich die aufschreiben. So geht das dann in sehr vielen Runden. Es gibt ganz, ganz viele Kategorien. Bei Stadtlandfluss ist es ja so ein bisschen immer der Nachteil, dass du immer die gleichen Kategorien hast und dann immer die einzelnen Buchstaben durchgehst. Und das immer ziemlich aufwendig ist, die Kategorien zu wechseln. Das finde ich hier ganz cool, weil hier immer einfach unterschiedliche Kategorien von Runde zu Runde auftauchen. Und was ich ja absolut hasse bei Stadtlandfluss ist dieses, wir müssen auf Krampf ganz, ganz schnell schreiben. Und der als erstes Stopp sagt, da hört es dann auf und alle, die es nicht geschafft haben, irgendwas aufzuschreiben, die sind dann am Arsch. Das ist hier so ein bisschen so, aber es ist nicht so schlimm so. So, weil es sind einfach immer nur quasi, es ist immer nur ein Begriff und dann hat man irgendwie trotzdem noch so ein bisschen Zeit, das zu Ende zu schreiben. Und ja, dieses auf Krampf irgendwas schreiben und dann kann man das gar nicht mehr erkennen, was die Leute geschrieben haben bei Stadtlandfluss. Das habe ich immer gehasst, weil ich einfach auch sehr langsam schreibe, leider. Ja, muss ich sagen, also für Stadtlandflussspieler ist das auf jeden Fall eine ziemlich coole Abwechslung. Ich spiele halt selber wirklich sehr ungern Stadtlandfluss und deswegen spiele ich auch dieses Spiel eher ungerne. Aber ja, ich kann schon verstehen, warum das so seine Zielgruppe hat und das ist dann eigentlich ganz cool. Dann darf natürlich ein Hype-Titel von den kleinen Spielen nicht fehlen und zwar Castle Combo. Castle Combo habe ich jetzt schon des Öfteren gezockt. Das Ganze ist ja auch bei Boardgame Arena verfügbar, wo ich es noch ziemlich kacke fand, muss ich einfach sagen. Weil ich komme mit Boardgame Arena überhaupt nicht klar, dass ich nicht sofort sehe, wo was hingeht. Weiß ich nicht, wenn ich die Regeln nicht tausend Prozent drauf habe. Naja, Castle Combo in Live ist halt geil, muss man sagen. Castle Combo, was machen wir? Wir bilden ein 3x3-Raster. Wir haben zwei Auslagen von so Burgkarten und Dorfkarten. Und dann können wir immer, wenn wir dran sind, eine Karte kaufen und die bei uns in die Auslage legen. Oder wir verkaufen eine Karte aus der Auslage und müssen sie auch in unsere Auslage legen, aber dann haben wir die Effekte nicht. Ja, das machen wir quasi neun Züge lang. Dann haben wir ein 3x3-Raster und dann werten wir jede einzelne Karte aus, wie viele Punkte sie uns bringt. Das dann mit Symbolen, Set Collection mäßig so ein bisschen. Ich habe in der Reihe so und so viele grüne Karten, deswegen kriege ich so und so viele Punkte. Diese Karte bringen irgendwie fünf Punkte. Auf die Karte habe ich noch Geld gelegt, die bringen auch nochmal Punkte und so weiter und so fort. Super schnell gespielt. Ist ja quasi von den, von Ketchup Games, die ja auch quasi letztes Jahr Farium als kleines Spiel gebracht haben, glaube ich zumindest. Und ja, es ist, es war quasi schon vor der Messe ein Hit. Es ist während der Messe ein Hit gewesen und für mich ist es auch nach der Messe ein Hit. Das Ding kommt aber auch auf Deutsch bei Cosmos. Also könnt ihr auch auf die deutsche Version warten. Ich habe ja hier die englische Version auch mir auf der Messe gekauft. Daher, ja, ganz entspanntes Game. Schaut, wenn es rauskommt, holt es euch auf Deutsch, zockt ein bisschen, macht richtig viel Spaß. Ich kann ja nichts Schlechtes über das Spiel sagen. Für so ein kleines Kartenspiel macht es wirklich extremst viel richtig. Und dann kommen wir zum Schluss nochmal zu einem kleinen Brocken. Ich habe Inferno mitgespielt. Inferno hatte ich mir schon auf der Neuheitenschau auf der Spiel24 angeguckt. Ich habe es mir kurz erklären lassen vom guten Marcel von Strohmann. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ich hatte dann beschlossen, mir es nicht zu kaufen, weil es irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat es mich schon von den Mechanismen nicht so richtig abgeholt. Ich hatte auch damals die Gamefront-Kampagne gesehen, war auch kurz davor einzusteigen, habe dann auch gesagt so, nee, ich weiß nicht, irgendwie wirkt das wie so ein richtiges Crowdfunding-Blender-Game. Das ist es tatsächlich nicht, aber es hat mich auch nicht so richtig überzeugt. Das Thema Inferno, mega. Es geht quasi um Dantes göttliche Komödie, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es geht einfach darum, Seelen in die unterschiedlichsten Höllenkreise zu schicken, damit sie da irgendwie ihren Frieden finden. Und das Ganze hat eine Worker-Placement-Mechanik. Erstmal, das Brett sieht unglaublich, ja, ich weiß gar nicht, ich würde gar nicht sagen, unglaublich geil aus, aber es sieht unglaublich besonders aus. Es ist so ein bisschen fotorealistisch, wie man sich die Hölle in Fotorealismus vorstellt. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aber es ist eher so ein Gemälde, was auf dem Tisch liegt. Und ja, da kann man dann Worker draufsetzen und da sind so die Höllenkreise abgebildet und so weiter. Und ja, diese Worker-Placement-Mechanik ist relativ einfach. Wir haben am Anfang eine bestimmte Anzahl von Workern. Die können wir an einen Ort schicken, aber vorher müssen wir immer eine Seele, den Höllenkreis weiter runterschicken. Vom Fluss Styx fangen die dann an und da müssen die immer so weiter in die Höllenkreise runterschicken, bis sie ihren Kreis erreicht haben. Und diese Seelen müssen dann bestimmte Symbole aufweisen, damit wir bestimmte Worker-Placement-Felder überhaupt benutzen dürfen. Und ja, das ist immer, am Anfang ist das relativ beliebig, fand ich. Also in unserer Partie war es so, ja gut, ist eigentlich völlig egal, welche Aktion ich machen will. Ich kann eh jede Aktion machen, weil es immer irgendwo ein Symbol noch gibt, was ich benutzen kann oder wo ich diese Seele irgendwie hinschicken kann. Später wird das Ganze ein bisschen eingegrenzt. Also im Laufe des Spiels verdichten sie oder bleiben die Seelen halt immer irgendwo stehen und dann gibt es nicht mehr so viele Symbole frei, die man benutzen kann, um seine Aktion durchzuführen. Und dann hat das Spiel so eine sequentielle, so einen sequentiellen Spielfluss, möchte ich sagen. Also es gibt halt diese Höllenkreise von oben nach unten und dann gibt es immer so Zwischenwertungen, wo dann aber auch immer genau diese Höllenkreise von oben nach unten gewertet werden. Man muss dann in so Leisten noch vorrücken in den einzelnen Höllenkreisen und dann wird halt geguckt, wie viele Punkte man da hat oder dann kann man so eine Flagge setzen, um dann am Ende nochmal Punkte zu bekommen. Und es ist dann immer so, okay, am Anfang muss ich halt auf dem obersten Höllenkreis, da muss ich irgendwie meine Leiste vorgehen, damit ich da irgendwie eine Flagge kriege und dann nehme ich mir den nächsten vor und dann den nächsten und dann den nächsten und dann den nächsten und dann den nächsten. So, das ist irgendwie ziemlich lame. Okay, dann gibt es irgendwie am Ende noch so Multiplikatoren. Je nachdem, wie weit man vorgerückt ist, kriegt man dann noch mehr Punkte oder vielleicht auch Punktabzug und so. Aber ja, ich weiß auch nicht. Am Ende der Partie, als wir dann fertig waren mit der Wertung, dachte ich so, ah, okay, jetzt habe ich so einigermaßen verstanden, worauf ich während des Spiels hätte achten müssen. Es geht nämlich auch noch darum, dass bei diesen Höllenkreisen da möglichst wenig Plätze frei sein dürfen, weil dann der Multiplikator am Ende nochmal sinkt. Und die oberen Höllenkreise sind halt viel schwieriger, komplett zu besetzen, als die unteren Höllenkreise. Da frage ich mich dann so, ja, aber dann ist es ja immer geiler, wenn ich auf den unteren Höllenkreisen vorgehe. Es ist zwar ein bisschen schwieriger, aber dann kriege ich auf jeden Fall immer mehr Punkte. Hm, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ja, es hat irgendwie nicht so richtig gezündet. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt am Ende der Partie habe ich es verstanden, wie es laufen sollte, wie es müsste. Ich glaube, ich habe alles gesehen. Ich würde es jetzt eigentlich nicht nochmal zocken wollen, ehrlich gesagt. Ja, ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, dafür, dass das so ein riesiges Ding ist. Ach, genau, und dann gibt es noch solche, zwei solche, ja, was sind das so, Höllenbiester. Also wir hatten dann irgendwie noch eine Medusa dabei und dann noch irgendwie so einen anderen Typie. Und die laufen auch auf dem Spielbrett oder auf diesen Höllenkreisen rum und haben dann immer noch so Spezialeffekte. Die waren auch nicht geil. Also da war die Medusa, die konnte dann so, ja, versteinerte Seelen legen, aber die haben einfach nichts anderes gemacht, als so einen Platz zu blockieren. Die konnten trotzdem übersprungen werden, haben irgendwie keine Linie blockiert. Und dann hatten wir noch so einen Typie, da konnte man an die Seite vom Höllenkreis noch so ein Plättchen legen. Und dann hat man auch da die Punkte bekommen, wenn jemand anders die Seele quasi eingeloggt hat. Das fand ich auch, ja, okay. Also, und wir waren tatsächlich am Ende relativ dicht beieinander, obwohl ich eigentlich nichts gefühlt richtig gemacht habe. Also es war dann nicht so, ich hatte nicht den großen Plan, sondern ich habe so vor mich hingespielt und dachte so, ja, pff, ich weiß sowieso nicht. Also ja, ich gehe erst auf den obersten, dann auf den, dann auf den, dann auf den und überall so ein bisschen vor. Und ja, und dann war es gar nicht so, dass ich so abgeschlagen war. Das hat mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, naja, ganz okay, das Spiel, wenn euch das Thema auf jeden Fall flasht, dann solltet ihr euch das mal angucken. Aber mechanisch muss ich sagen, äh, gibt's auf jeden Fall geile Regeln. Das war's mit dem Gespielt-Video für heute, sieben Spiele-Neuheiten. Natürlich wird es in den nächsten Tagen noch mehr Gespielt-Videos geben. Ich hab so viele Neuheiten hier schon gespielt. Was hab ich hier liegen? Ironwood, Black Forest, Bomb Busters, Cosmo Octopus, Daitoshi, Temple Code. Also noch so viel mehr, von dem ich euch berichten möchte. Ähm, ja, und da sind wirklich richtig geile Games dabei. Also bleibt dran. Am besten, ihr lasst einfach direkt ein Abo hier auf dem Kanal da. Macht die Glocke an, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn euch das Video gefallen hat, so könnt ihr euch mich, äh, so könnt ihr mich auch kostenlos unterstützen hier mit meinem Kanal, mit meiner Arbeit und meinen Videos. Würde mich sehr freuen und dann würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal guckt. Ich hatte hier zwei Vorschläge. Hier oben ein Video und dann hier unten ein Video. Und falls ihr da nicht fündig werdet bei den beiden Videos, stöbert einfach ein bisschen auf dem Kanal. Es gibt noch sehr viele weitere Brettspiel-Videos hier. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, sag ich. Ciao, ciao.